BAYS Hallo und herzlich willkommen zur Sims 3 B100 Baby Challenge Utilia ist mal wieder sehr früh wach am Morgen und was mir da gerade auffällt dahin hat mal wieder irgendjemand am Waschbecken rumgefrischt ich esse das Deswegen wirst einfach du das auslösen, Mom. Wenn du wach bist. Also irgendwann. Utilia macht sich ein Maffen zum Frühstück. Du bist erst wach. Du bist auch schon wach. Die lag doch vor in dem Kinderbett. Und irgendwie wurde es jetzt dann trotzdem plötzlich rausgeballt. Keine Ahnung. Warum das, wenn du es jetzt wegmachen, wenn es nicht geklappt hat? Auf jeden Fall kannst du damit einmal an den Röste essen. Du rediertest jetzt wirklich mit Erdnussbutter und Banane und du wolltest jetzt doch nochmal die Magia-Belle auslösen. Ausprobieren. Nee, es klappt doch schon einigermaßen mit dem Aussprechen. Du isst bitte auch da den Maffen, den du gemacht hast. Du schließt bald wieder Schügel ab. Du hast Hunger, einsam, musst bald aufs Klo, deswegen kuscheln, spielen, Flasche geben, spielen, kuscheln und super secheln. Vielleicht reicht's, vielleicht reicht's auch nicht. Du könntest ja dann nach dem Ausstieg erst mal um deinen kleinen Bruder kümmern. Bienkate Geburtstag. Die Tilly hat bald Geburtstag. Und auf Bohnen futtern. Rauslassen. Brauchen wir nicht. Was ist hier nicht richtig, dass ich den Müll rausbringen wollte? Leer doch einfach mal da. Jetzt ist auch der Müller frei. Und den kannst du auch hinterher rausbringen, wenn du das schon so möchtest. Da geht's. Kann man auch sagen, was am Arsch? Und, und geht's. Auf jeden Fall. Blöde ist irgendwie heute erstaunlich, das weiß ich nicht, wahrscheinlich weil er in der Erwachsenbahn ist. Das bringt alle mal wieder daheim. Diese Flasche geben, brauchst du nichts mehr. Lächst es doch bitte im Kinderbett, die Mama, ich wollte sich so schon wie Kleine kümmern. Und geh weg. Oder leg sein Poppon ab. Margot. Aber hier hat irgendjemand auch schon mal gewinnig. Egal, mach halt einfach doppelt dreifach. Das sah mir nicht so gut aus. Das sieht mir nicht schuldig. Was ist denn? Was ist die? Okay, mach mal den Blatt nach rein. Was hast du zu sagen, Tratschen? Ihr könntet doch einfach sowas gemeinsam machen. Dann spielen und spielen. Könnt ihr euch beide da gemeinsam auf dem Spielton drauf? Sehr schön. Kinder sind beschäftigt. Großen auch. Sprechen und mit Karle angreifen. Sehr gut, macht das. Ich bin Kräfer irgendwie oriental. Ich bin ein paar Meister. Ich bin Schlügeister. Ich bin es für die Kette. Ich fühle mich ein paar Mal. Ich bin es für die Kette. Hier ist es für die Kette. Der hat das. Teller groß. Eduardo groß. Ein guter Marb. Nein, nicht mehr rein. Lass uns einladen. Ein hart Kratzen hätte ich nicht gesehen. Also, will ich nicht mehr, dass das ist. Oh, der mag ich auch nicht vorbeizukommen. Also, den Ingram Bansch. Ne, haben wir schon. Also, zurück. Ach, mal krieg ich. So, ja. Jakob. Wir brauchen derzeit kein Geld mehr. So, Lika. Ich bin. Ich habe keine Geld mehr. Ich habe keine Geld mehr. So, ich habe meine Geld mehr. Was ist sie testiert? Warum? W begegge ich? Wie viele? Ich habe sie verarscht. Was ist derzeit ein? Da, nö, der Picard kommt schon vorbei. Dann geh mal rein. Damit du dann deinen Gast drinnen empfangen kannst. In deinem Bungumen-Bouquet-Zimmer. Das Bett wird auch nochmal schön frisch gemacht. Jetzt tippe die, lieber Picard. Da warnt sie noch schon. Oder auch nicht. Nein, lieber Gunther. So, wo ist jetzt unser Gast? Da. Dann machen wir ihn erstmal freundschaftlich. Und dann romantisch. So, so. Wir machen ein bisschen mehr. Oh, ha ha ha. Und dann machen wir das hier. Das ist alles gut. Ja, es ist ein Rebeller. Es ist ein Mann. Und Fluffy, die mit einer Beziehung aufgeworfen hat. Kann man mal umständlich sein? Mach mir ein Kompliment. Das ist mein Name. Kann ich ihn auch schon küssen? Krupta! Tarkonev, Sebel, Neubi! Sowogajinava! Ghazak. Darghe Nuzeldina, Darlidagna, Glyph! Gwana, we got- Ah, Mumbi. Wir müssen natürlich dann gut auswählen. Wir müssen die dann wieder Fisch. Wir müssen das in der Wunde die 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 Wasp? Ja. Schleif. Telefonnere. Schleif. Schleif. Oh, ja. Schleif. 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 Entfernoere. Schleif. Manni, moi. helping. Daddy. Schleif. Schleif heaagen. Mach gestos. ZDK! Okay. andere seite in der frau andere seite es kommt ein Blick los, du kommst zu spät, aber tschau es ist gut, es ist gut es ist gut es ist gut Und Baby-Machin-Fan-Cross-Band. Yay, es hat geschaut. Rickard Felton. Das ist wunderbar. Die ist jetzt verweibigt. Als Partner von Kind Nummer 34. Ja, jetzt kannst du auch spielen. Ich glaube, sie ist sehr heimlich. Er hat den Streich gemacht. Und der Wimper kann die normalen benutzen. Du kannst das dann erst als ein Rotatil. Ich habe keine Spinnungen geschlafen. Auch Schlafen ist eine Spinnungen. Hier einmal auf den Brunbutton. Du putterst gerade und bist nüge, schlafen und du musst aufs Klo. Oder mal. Wir gehen jetzt an. Ja, klar. Haben wir gerade Zeit. Kind futtert. Wir kommen noch kurz blau, ne? Wir haben dann als Kind ins Bett gepackt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.